Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller, Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen kann. Leider bin ich krank, ich habe seit zwei Tagen eine Grippe mit hohem Fieber. Mein Arzt sagt, dass ich erst in zehn Tagen wieder in den Kurs gehen kann. Trotzdem möchte ich ein bisschen üben, sonst vergesse ich alles. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben geben und mir auch sagen, was ich außerdem üben kann? Machen Sie im Kurs ein neues Grammatikthema? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße. Bilal Ousman Lieber Herr Müller,